Parfait Dem Konstett, Weltmeister, Bodybuilding Classic, zum ersten Mal hier auf der FIBO. Parfait, wie gefällt es dir hier beim All-Stars-Athleten-Stand? Natürlich ist es für mich eine Ehre, zum ersten Mal hier zu sein. Als ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, war das so mein Traum, mal auf der All-Stars-Bühne oder allgemein auf der Bühne an der FIBO mal einen Auftritt zu machen. Jetzt habe ich diese Chance, es ist eine Riesenehre. Obwohl es Donnerstag ist, hat es schon viele Leute. Ich bin ständig nur am Fotos machen, also es ist wirklich der Wahnsinn. So soll es auch sein, viel Spaß noch. Dankeschön.